servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch ein tool vorstellen wodurch ihr endlich auch als heiler gezielt nach upgrades für euer gear suchen könnt dabei geht es nicht nur um bessere items sondern auch weiß nicht verzauberung embellishments und so weiter und so fort für dds war das in der regel immer raidbots.com oder ist es auch noch da könnt ihr euren char reinpacken durch simulieren ihr könnt euch ausspucken lassen was euer gear ist wie es verbessert werden kann die drops die im idealfall haben wollt und so weiter und so fort da sich das ganze nach dps berechnet hat war das für heiler nicht immer ideal oder eigentlich in der regel nicht ideal aber es gibt jetzt ein neues tool an dieser stelle danke an den lieben wuffelsacker stefan durch den ich das entdeckt habe und wir wollen uns das in diesem video jetzt mal angucken kurz vorab damit das richtig funktioniert benötigt ihr das hier simulation craft dieses addon das spuckt immer so einen import string aus mit daten die das gear und so weiter eures chars angeben und ich muss jetzt für den zweck dieses videos mal kurz eine heiler spezialisierung rein rammeln da ich einfach oder da man ja damit heiler durch simuliert und wenn ich keinen heal spec habe und ich habe auch sonst gerade keinen char der diese anforderungen erfüllt und ich will jetzt auch nicht einfach irgendwie einen fremden da reinhauen deswegen machen wir das mal so also healer spec ist drin mein geiles heiler gear mit meinen 382 385 heiltrinkets auch bleibt nur noch übrig diesen string mit strg zu kopieren und dann können wir auch schon ins tool hüpfen ihr findet dieses unter dem namen questionablyepic.com slash live link ist aber auch noch mal in der video beschreibung und das wird wohl zukünftig auch für wrath of the lich king funktionieren aktuell nur für dragonflight könnt auch hier eure sprache ändern wenn ihr wollt und dann ist das erste was ihr auswählt create character so da gebe ich jetzt mal meinen mehrbär ein eu aschara select class resto druid und was spiele ich zander lari troll so add mehrbär ist drin wunderbärchen und jetzt habe ich hier ähnlich wie bei raid bots ein paar verschiedene sachen zum auswählen einmal upgrade finder also welches gear ist aktuell am besten für mich top gear wählt aus euren taschen die besten items aus und hilft euch dabei garantiert immer das beste gear set anzulegen ihr könnt hier oben auch übrigens zwischen raid und dungeon content switchen das hat dann auch noch mal auswirkungen item quick compare da werden alle eure items einfach mal verglichen miteinander bei trinkets da wird die wertigkeit so ziemlich aller trinkets im spiel für euch verglichen embellishments ist dasselbe mit diesen ja wie heißen sie auf deutsch verzierungen für die craftgears cooldown planner das hilft euch um ja eure cooldowns für raid fights zu planen und dann können ihr da noch euer profil verlinken und so weiter und so fort es wird noch ein paar weitere punkte geben beispielsweise dass hier ein kampf den ihr bestritten habt analysieren könnt um zu gucken habe ich da jetzt alles richtig gemacht oder peng aber ich würde sagen wir gucken jetzt einfach mal in diesen upgrade finder rein ich finde das macht es immer ein bisschen besser wir wählen jetzt einmal deswegen ist das noch wichtig über import gear fügen wir jetzt hier mit strgv mein gear rein und ihr seht dann wird der ganze bums hier rein geladen jetzt kann ich zwei schwierigkeitsgrade aus dem raid wählen also sagen wir hc und mythic mythisch plus beziehe ich mich jetzt mal rein auf 405er weil ich die laufen kann und meine 421 er truhe wird ich höchstwahrscheinlich nicht für heiler gear verwenden da ich nicht teile und dann geht's auf go und das geht ehrlich gesagt ziemlich schnell der ganze kram und es zeigt euch sofort an wo ihr upgrades rausholen könnt also bei eranoch gibt es verschiedene upgrades für mich so kann ich mich dann boss für boss durchhangeln ähnlich wie bei raid bots da werden auch die prozentualen verbesserungen angegeben was letzten endes dps bedeutet also da können sogar umschwanken zwischen reiner dps und dps in prozent was der wert jetzt hier hps kann es eigentlich schlecht sein weil du das ziemlich schwer simulieren kannst aber wahrscheinlich wird das irgendwie für euren heal output in die richtung stehen da sehen wir auf jeden fall dass hier pro boss noch einige upgrades für mich drin sind und interessant ist es dann halt hier im reiter mythisch plus da sehe ich dann auch in den verschiedenen dungeons gibt es noch ein paar sachen hier zum beispiel diese mode als trinket wäre ziemlich gut für mich und anhand der prozentwerte kann man auch vergleichen die flask hier aus code of stars wäre besser noch so kann man das ganze ab bissl durchgehen wenn man das möchte theoretisch geht das ganze auch für pvp anders spielen mich spielen wir ja nicht oder ich nicht und sogar bei einem world boss würde noch ein upgrade droppen und hier kann man dann auch noch mal sehen unter dem reiter upgrades bei slot dass die meisten upgrades bei mich für ein thema trinket wären und hier ist dann auch wirklich aus allen quellen nach wertigkeit sortiert also sprich da sehe ich welche wären theoretisch die besten trinkets für mich laut diesem tool und so kann man das dann stück für stück ein bisschen angehen da sehe ich zum beispiel dass dieses 389 trinket vom world boss theoretisch besser wäre als das 415 trinket von ich glaube senat müsste es sein also das ist auch ganz interessant zu sehen und so bekommt man immer noch mal ganz guten einblick nichtsdestotrotz ersetzt dieses tool nicht das mitdenken das sei auch noch mal gesagt also nur weil jetzt hier steht bumm junge das ist richtig gut hier seht ihr jetzt auch noch mal ein graf der auch miteinander vergleicht wie gut die verschiedenen trinkets sind jetzt in dem fall halt für den droiden aber ich würde trotzdem noch mal empfehlen mache ich bei raid bots auch checkt das noch mal mit einer anderen quelle gegen oder was auch immer ganz gut ist man kann auch mal gucken bei warcraft logs oder so was spielen denn andere heiler in der situation und beispielsweise jetzt nur weil das trinket hier ganz oben steht dafür kenne ich mich mit heiler zu wenig aus weiß ich halt nicht man kann hier zwar zwischen raid und dungeons hin und her schalten aber das betrifft halt nur die drop quelle aber es kann ja sein dass dieses trinket hier brutal gut im raid performt aber für mythisch plus eher scheiße ist und da rein theoretisch das ding hier besser ist wisst ihr was ich meine also da sollte man dann trotzdem noch mal ein bisschen hin und her schauen dass man die richtige wahl trifft aber nichtsdestotrotz würde ich sagen gerade wenn man vielleicht noch neues auf dem heiler oder generell sich einfach mal gucken möchte welche dungeons lohnen sich gerade für mich finde ich ist das ein ganz nützliches tool damit auf jeden fall danke an euch fürs zusehen ich wünsche euch noch einen schönen tag guckt gerne mal rein link in der video beschreibung in dieses tool genauso wie meine social media profile auch da dürft ihr gerne mal vorbeischauen und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen